Nun, da wir alle versammelt sind, wollen wir feierlich unsere Wette abschließen. Derjenige, der es schafft, die Gespenster von hier zu vertreiben, soll den Burgschatz für sich alleine haben. Dob, die Wette gilt! Oh weh, unsere Gespenster, der bei Spoken ist uns seit über 300 Jahren. Huhu, zweite Frau, weißer Ritter, ein verfliegt umgekehrt. Weiße Frau, und zweite Ritter, huhu, wir bekommen Gesellschaft, ja, aber sie wollen uns von hier vertreiben. Ha, nichts und niemand wird uns von hier vertreiben. Schon gar nicht so ein eingebildeter Mönch und so ein dahergelaufen Archimist mit seinen lächerlichen Saftern. Ach! Ach, mein Fuß, hör mit der Flasche, oder ihr bekommt mein Schwert zu spüren. Na gut, wenn ihr unbedingt wollt, ihr habt ja einen Schluck. Oh mein Gott, der hat ja gar kein Gesicht und Schwert hat auch keines. Wie oft soll ich euch noch sagen, dass ihr nicht mit dem Schwert drohen könnt, wenn ihr es nicht mitgenommen habt? Oh, wie unangenehm, es muss noch in der Reparatur sein. Schwefel, Fons for Natrium, haut die stärksten Geister um. Hallo, bin ich endlich dran? Die Nacht ist bald um und... Äh, niemand da. Huhu, Gespenster, ich bin Alex, der Schmied, wo seid ihr denn? Immer dasselbe. Auf keiner Burg treff ich ein Gespenst. Dabei hätte ich so gern einmal eins gesehen. Ach, setz ich mich eben hin und schlaf ein bisschen. Den Schatz kann ich morgen auch noch suchen. Kreuzdonnerwetter, das ist ja nicht normal. Da beben ja die Balken. So tut doch etwas. Meine liebe weiße Frau, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen die Burg verlassen. Beeilt euch, schwarzer Ritter, mir stehen bald die Haare zu Berge. Ich muss die Leiter doch ordentlich befestigen. Was heißt hier Leiter? Meine besten Leintücher habe ich zusammengeknotet. Ah, ich rutsche ab. Ich kann mich nicht bereiten. Dann lasst endlich los, ihr Schwergewicht. Ah! Oh weh, meine Knochen, hoffentlich habe ich mir nichts gebrochen. Und was machen wir jetzt? Oh weh, wir müssen zum AAD. Zum Amt für arbeitslose Gespenster? Iiiiih, ist das schrecklich. Oh weh, eine Burg ohne Gespenster? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da muss ich mir was einfallen lassen. So, 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 jahrhundertelang gespuckt, sagen Sie. Zeigen Sie mir Ihr Zertifikat. Zertifi... Was? Ihr Spuckzertifikat. Ihre amtlich bestätigte Befähigung zum Spucken. Haben Sie das nicht? Äh, nein. Wir spucken doch schon so lange. Nix da, das gilt nicht. Ohne Zertifikat darf niemand spucken. Wo kämen wir da hin? Marsch in die Spuckschule. Erste Klasse Grundkurs. Dalli, Dalli. Ich mag nicht mehr zur Schule gehen. Da hatte ich immer so schlechte Noten. Mit Spuckanfängern in einer Klasse. A.A.G. Amt für arbeitslose Gespenster. Zutritt nur für echte Gespenster. Na gut, dass ich mich verkleidet habe. Da erkennt mich bestimmt niemand. Na hoffentlich ist mir die weiße Frau nicht böse, weil ich allein doch zu snitten hab. Weiße Frau! Zweiter Ritter! Der Bürgermeister will euch zurückhaben. Die Bläser! Wo bleiben die Achtornbläser? Unsere Gespenster sind schon auf dem Weg. Ja, sie können jetzt aufhören. Aufhören! 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 Ich hab ich gesagt! Ich hab ich gesagt! Hallo!